Jo, also, äh, ähm, jetzt das mit diesem Quest hier, ähm, da hatte ich ja das mit diesen Ghouls in dieser Ghoulenhöhle, aber da gibt es ja keinen Schlüssel, also ich denke, das passt schon so. So, ich hab jetzt einfach mal ein anderes Quest angewählt und bin mal hier durch diese vielen, äh, durch diesen Ort gelaufen, hab einfach mal geguckt, was hier Phase ist, ja, und, ähm, sonst hab ich eigentlich nichts weitergemacht, ich bin eigentlich nur rumgelaufen und hab hier dieses, hab gesucht, was ich machen soll mit diesem Ghoul, mit dieser Höhle, aber ich denke mal, solange ich da keinen Schlüssel hab, kann ich auch nicht da rein und gut ist. So, hier war ich auch schon überall mal drinnen gewesen, in diesen Höhlen, äh, äh, Türen, also in manchen, hier war ich noch nicht. Und, ich will mal plaudern. Bestimmt. Problem ist bloß, ich seh gerade, dass meine Tasche bald voll ist, also irgendwann ist bestimmt dann hier Sabbat, ne? Mit dem, äh, Clown, haha, kann ich ja nichts mehr mopsen. Macht der Bauer? Die Hexenhohre hat ein Auge auf mich geworfen. Oh, Hexenhohre. Die Hexenhohre. Hm. So, dolla, also wir gehen jetzt einfach mal zu diesem, oh, zu diesem roten Kreuz hier oben. Und gucken einfach mal, was uns hier erwartet, ne? Jo, auf ins Gebräu, würde ich sagen. Also hier ist ja richtig was los, muss ich sagen. Also, na jetzt? Heidstreuner, äh, Bürger, was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Äh, naja, ihr seht schändlich aus, aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Schändlich schaue ich aus, okay. Hahaha. Also ich mache jetzt jedenfalls das Quest. Moment. Wo ist es denn? Hier. Ertrunkenen Gehörner. Ich gucke mal, was denn, äh, ob ich das hier hinkriege. Ne? So, da gehen wir mal hier durch. Oh, gosh. Cool, wäre halt einmal, wenn ich hier noch irgendwo was verkaufen könnte, ne? Hier so ein bisschen. Weil ich habe hier, ähm, echt sau viel in die Taschen, aber... Wir haben nur Geld im Kopf. Ja, genau. Aber man weiß auch nicht, was man, äh, verkaufen könnte, ne? Sag ich jetzt mal so. Ist abgeschlossen. Sollte ich mich sputen? Nein, das ist ja... Ist die Tasche voll. Haus des Geistlichen. Da ist gar keiner da, Mensch. Könnte ich doch schon immer noch mopsen hier. Ne, lassen wir das jetzt mal, weil ich habe echt bald keinen Platz mehr in der Tasche. Glaube ich mal so. Also ich denke mal, irgendwann ist die... Achso. Hier muss ich schon hin, oder was? Ach, sag mal. Stehst du hier im Weg? Ich möchte gar nicht mehr hier durch. Ist das schon hier mit dem Roten Kreuz? Was ist ein Ungeheuer? Warte mal, was muss ich jetzt noch mal machen? Guck mal noch mal schnell nach. Also die Kirsche des ewigen Feuers bezahlt für die Tötung von Erdrungenen. Als Beweis muss man ihnen Gehirne der Ungeheuer bringen. Ah, da haben wir schon wieder. Ich habe ja hier diese... Erdrungenen gehörter doch gar nicht. Also. Das finde ich eben blöd bei diesen Questen des Bums. Die sollen doch zeigen, wo ich hin muss. Und nicht wo ich, äh... hin muss, wenn ich, äh, hab schon. Hab sie noch gar nicht. Ist ja bescheuert, oder? Echt bescheuert. Mann, was machen wir denn da jetzt? Ich will falsch. Ah, jetzt wollte ich euch mal ein Quest zeigen. Hier, Wester. Äh, ein Quest mit euch machen. Und dann... ging das in die Hose. Geistlich. Ich gehe mal zum Geistlichen. Ungeheuer kämpfen. Hübser sind so ungehobelt. Ruhe. Hin fort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh, doch. Das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns eure Trägen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berenga. Er versprach, die Bestie zu erschlagen. Flo jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berenga. Ich bin nicht Berenga. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es fünf Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut. Aber das kostet euch hundert Ohrens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen fünf Kapellen brennen. Ich suche da Männern, die Samanta Abzeichen tragen. Verzeih, was war das noch gleich mit dem Feuer? Ich hörte die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Ich hörte die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. Ah, okay. Naja, ich denke, so passt das schon mit diesen Questdingern hier, aber blöd ist halt, ähm ja, blöd ist halt jetzt hab ich hier, also Ertrunkenen Gehirne. Es wär halt schon schön, wenn die das anzeigen, wo die Ertrunkenen Gehirne sind, ne? Diese ähm Questdinger halt, die Ladies und so Kapelle soll ich das anzünden, ne? Oder wie war das? Wann einmal Bargeldschäle, lalalala Ich hoffe, lalalala Das hier? Ach hier, fünf Kapellen, genau. So. Aktive. So, genau. Das ist, guck, das meine ich damit. Sollen sie doch gleich zeigen, wo die fünf Kapellen sind halt, ne? Ich mein, gut, das ist jetzt was, das find ich jetzt schon Machen wir halt jetzt, und gut Wir können ja hier so gucken, hier so Ach, warte mal, das war hier so, und dann Ach nee, hier geht das gar nicht. Auf alle Fälle Ja, hätten sie das anzeigen können. Aber okay, ist jetzt nicht so schlimm. Muss man wahrscheinlich immer gucken und 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 trampeln und laufen und suchen und so halt Kapellen Das ewige Licht Okay, und Ach hier, ewige Feuers, genau, da haben wir doch eine Aber die konnte ich doch nicht anzünden vorn Oder? Mal gucken, wir mal, eigentlich geht die ja gar nicht anzuzünden Ach doch hier, ja, okay Ich habe dem Geistlichen versprochen, dies in der Nacht anzuzünden Oh, ei, 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 hier muss ich mal irgendwo, ähm Ähm, genau, irgendwo mal ruhen hier Wie ruhest du denn hier jetzt mal, hier diesen, äh, wisst schon Die Meditation halt Kann man hier mal die Meditation irgendwie, äh, hergebucht Und wenn da Gott, äh, wie duschen hier, äh, meditieren Das wär mal cool zu wissen Wenn ich jetzt sofort meditieren will Rache doch halt jedes Mal Feuer, oder? Muss ich da jedes Mal ein Feuer hier haben, oder was? Ach, ruhe da hier Das ist auch nicht so schön, ne? Shit, naja, gut, dann geh ich jetzt einfach mal hier rum Ich hab die Wäsche zum Trocknen draußen Zum Trocknen, mhm Jetzt regnet's aber, Mädel Ich hab die Wäsche draußen Immer noch draußen, die Wäsche Ich wollte es denn mal rein, die Wäsche Reicht den Wetter Eieiei, was haben wir jetzt vor Wetter, ey Aber jetzt wird's doch langsam dunkel, oder nicht? Ich geh jetzt nochmal da hin Ich hab die Wäsche zum Trocknen draußen Das Schifft Nicht so, es spielt schon schön, aber mit diesem Quest Okay, das ist jetzt halt, ähm Mensch, ist ja Ruhe jetzt hier Da muss ich halt, ähm Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen Na ja, mach das gleich Da muss ich halt immer klötzen, ne? Es wird eine ganze Weile regnen Ja Das kann sein Erwartet eine Flut Flut? Näh Äh, das ist doch dunkel jetzt, ne? Zeige mal her, wir gucken mal, was er jetzt sagt. Na, geh her. Ich habe dem Geist nicht versprochen, dies in der Nacht anzuzünden. Verdammt, das ist doch Nacht, oder nicht? Guck mal, es ist doch was auch langsam dunkel hier oben am Himmel. Im. Warte mal. Tipp. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ach, okay. Tagebuch, okay. Ich habe schon mal alles durchdrücken hier. Ne, das ist jetzt halt blöd, also. Das ist mit dem Meditieren. Naja, gut, dann gehen wir einfach jetzt weiter hier. Vielleicht haben wir ja irgendwo die Chance, dass es, ähm, ich gehe jetzt halt mal da zurück. Oder doch da, ich weiß ja auch nicht, wo ich hinladen soll. Gehen wir ja jetzt doch da lang. Da waren doch viele Feuer. Vielleicht irgendwo ist ein bisschen Wörterfeuer, aber für mich jetzt da. So, hier haben wir eine Vogelscheuche. Verdammtes Wetter, genau. Ja, ist immer noch zum Brockenreisen, genau. Höllege Flamme. Ähm. Ach doch, jetzt zeigt sie doch an. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ah, alles klar. Okay. Ort der Macht. Okay, alles klar. Wäsch Bescheid. Ich habe mich vertan mit diesem, dass es nichts anzeigt. Geh'n's einfach mal hier lang. Und gucken mal. Hier hat ja irgendjemand noch so ein Feuer schon für mich. Oder hier vielleicht jetzt mal abchecken, ob's schon geht. Ich habe dem geistlichen Vertrauen, dies in der Nacht anzuzünden. Echt? Hast du das geistlichen? Vielleicht kann ich hier ruhen. Guck doch mal her. Wir gucken mal rein jetzt hier. Muss doch mal irgendwas gehen hier, Mensch. Ach, warte mal. Meditieren. Kann man hier irgendwo meditieren vielleicht? Kann man nicht, wa? Oder wie? Ach, das ist ja olber. Jetzt habe ich immer noch kein Quest gemacht hier. Ich bin nur rumgetrampelt, ey. Das ist ja zum... Was für ein Wolkenbruch. Mäusemelken, sage ich jetzt mal. Wir gehen da lang. Aber die Sonne, wenn ich jetzt hier oben so gucke, auf diesen Dings da, geht doch langsam runter, oder nicht? Okay, ich halte jetzt einfach mal weiter hier. Vielleicht entdeckt man ja noch was. Und hier müsste ja irgendwas mit diesen Ertrunkenen sein, oder nicht? Hä, oder? Hier ist eine Feuerstelle. Yeah, eine Feuerstelle. Das ist ja nice. Du musst ja echt immer hier, also viel rumtrampeln halt, ne? Wir gucken uns so. Machen wir jetzt mal schnell mit dieser Feuerstelle hier. So, was wollen wir mal schnell meditieren tun? Warte mal, bis zur Dämmerung. Mitternacht. Mh, 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 morgen keinem Mittag. Bis hierher wollen wir meditieren. Jawohl. Dann holen wir uns schnell diese... Dieses... Machen wir schnell dieses Quest hier. Als nächstes mal ein Quest fertig haben. Jawohl. Komm weiter. Hier, pop, pop. Bitte mal zulaufen. Danke. Jetzt gehen wir mal schnell. Wieder zurück. Ich hoffe, das geht jetzt. Aber es ist ja noch halt dunkel, oder? Ne, muss ich doch bis Mitternacht vielleicht machen. Aha, shit. Mach mal gleich doch bis Mitternacht. Also nochmal hin. Brauche ich also immer eine... eine Feuerstelle. So, jetzt aber schnell. Oh, jetzt ist es schön dunkel. Komm, steh auf. Komm, 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 komm. Ist, wo der hell wird. Mann, 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 Junge, mach zu. Wir müssen doch meditieren. Ach, da kann man auch das mit diesen roten Ertrunkenen machen. Ach, jetzt seh ich's. Okay, das weiß ich jetzt wie das nächste Mal dann. Also erst dunkel und dann Ertrunken retten. Okay. Das ist klar, das ist ja einfach, ne? So, machen wir mal schnell das miese Kapelle hier. So, jetzt rammeln wir jetzt das Kerner hier rum. Ach, du Scheiße. Der Hund greift mich an. Oh, nee, jetzt greift die alle an. Hallo, mach doch mal was. Wo macht er denn jetzt nix? Hallo, hallo. Ah, jetzt seh. Bin ich mir zu schnell oder was? Oh, Mann. Ich hab nicht gespeichert, ey. Ich will mal schlecht abspeichern hier. Lieber Rest der Mann, komm, lieg hier. Mach hin und her. Was ist denn das für Kopf hier? Ach, das sind die Schäle. Ah, okay. Dann haben wir jetzt das schon mal. Okay. Sechs Stück sind das. Machen wir hier das mal mit dieser Kapelle hier schnell noch. Zack, zack, zack. Jawoll. Jetzt klappt das hier. So, jetzt gehen wir zur nächsten Kapelle. Ah, jetzt wird... Die werden hier auch, die Hunde, wa? Das ist ja Olber. Hilfe, Hilfe. Ich werde... Bekrapscht, sag ich jetzt mal so. Ha. Ich geh mal schnell weiter hier. Ach, ich glaub, die folgen mir, ne? Können ja mal meinen. Wir meinen es mal so. Und noch einer. Jawoll. Zack. Nächster Hund hier. Hopp. Pst. Die anderen sind abgezischt, oder was? Die anderen sind abgezischt. Okay. Juhu. Nice. Ist es jetzt blatt, oder was, der Hund? Jetzt ist er blatt. Okay, nächstes. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon brauche, von diesen komischen Köpfen. Muss ich dann mal gucken, später. So, jetzt klappt das nämlich auch hier mit dieser Kapelle, Mensch. Wenn ich mal ein Quest gescheit mache hier, Mensch. So, ich muss mich beeilen hier. Ich geh einmal auf Werfeld ein jetzt hier, wa? Okay. Da ist noch ne Kapelle. Schaffen wir, wa? Also am besten die Quests hier noch zu erledigen, manche, wa? Wie es scheint. Sack. Jawoll. Perfekt. Perfekt, die Kuss. Der ist auch weg. Okay. Ach nee, hier ist ja noch einer. Was kommt der denn her? Zack. Kann ich jetzt endlich zu dieser Kapelle? Danke. So. Zack. So, warte mal. Hier ist noch einer. Zack. Oh, hab ich. Passt jeder? Paar Köpfe gerade. Ich muss Gabbyville aufsuchen. Ah, okay. Das hab ich also erledigt. Sehr schön. Kann ich ja trotzdem mitnehmen hier, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Tut mir nicht weh. Nee, schnell weitergehen. Ja, da hab ich das Quest fertig, einwandfrei. Schnell zum nächsten Licht. Und dann hab ich, glaub ich, noch eins dächtig, ne? Oder zwei, ich weiß es gar nicht. Also jetzt klapp's sinnendes. Also muss man echt einmal... Vielleicht ist das auch so dann mit diesen cool, dass ich das auch nur nachts erledigen kann. Jawoll, lasse. Und nächster. Weg da hier. Zack. Und hier, los, angreifen. Angreifen. Na los. Super Heilträger war einmal cool gewesen, wa? So ein bisschen. Aber ich glaub, da muss ich bloß meditieren. Dann bin ich wieder fit. Oh, jetzt ist aber dunkel. Leute, Leute. Huuu. Eine dann noch. Okay. Wah, geil. Die Woche ist ja nochmal mit hier. Zack. Zack. Ah, jetzt klappt's langsam hier. Ich dachte schon, hab schon an mir gezweifelt, warum das hier nicht funktioniert mit diesen Quests hier. Hier sind auch noch Überreste hier. Ah. Wo sind die Überreste hier vorne? Ach komm, weiter jetzt hier. Ist egal jetzt. Oh, hier ist ein Ghoul. Komm, Adley killen. Oh, jetzt ist wieder ewig hier. Oh, der Daud. Oh. Oh, ist das jetzt Schaff hier? Oh, der brach. Oh, da gehen wir lieber weiter. Das schaff ich nicht. Aua, weg von mir. Könntest du mal weiterlaufen? Hallo. Was macht er denn? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich wollte mal Quests fertig machen, ey. Schnauze-Weib. Ich zeig euch ein paar Eier. Die werden, ja, die Bälde verlieren Bauernzwickisten. Jetzt wird die kein... Bauernzwickigkeiten interessieren mich nicht. Genau, jetzt geht Zeit. Das werde ich bereuen. Ich muss zur nächsten Kapelle, Leute. Ich hab hier nicht ewig Zeit. Ich muss schon gerne mal Quests fertig machen hier, ne? Also da bist du jetzt selber mal durch. Seh ich gar nicht ein, jetzt euch zu helden hier. Ich möchte jetzt hier mal weitermachen. Oh, das kann ich mal nicht speichern hier. Verdammt. Wenn ich mich nicht griffen werde, kann ich nicht speichern hier. Oh. Verdammt. Oh Gott, ist das so weit? Ach, hier vorne ist es ja. Kann ich doch nicht speichern hier. Das finde ich ja übel, ey. Jawohl, geh weiter hier. Oh, noch einer. Wow, wow. Ich hab keinen Zauber mehr, oder was? Ah, jetzt ist er wieder da, der Zauber. Jawohl. Und? Was ist denn jetzt? Oh. Nehmen wir den Kampf. Das muss ich echt noch etwas üben hier. Oh, noch einer, oder was? Ich hätte sogar noch mal ein bisschen Leben gehabt. Wär das so doll gewesen. Hä, wo ist er denn hin? Ist er weg, oder was? Doch, gar nicht. Hat er doch gar nicht aufgenommen jetzt hier. Äh, ich mein, äh. Hat er doch gar nichts gemacht jetzt, meine ich. Komisch. Komisch. So, jetzt hab ich aber was soll ich in der Tasche stecken hier? So, schnell zum, äh, Kapelle hier. Zur Kapelle, meine ich. Und dann hier zum, zum Feuer hier, oder so. Komm, schnell, 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 Junge. Oh, kommt schon wieder einer hier ein? Ich glaub's kaum. So, das hab ich fertig. Oh, guck, das verschwinden sie auch hier. Wenn das Feuer, äh, das Licht an ist hier, verschwinden die. Das ist cool. Uh, und jetzt, warte mal, äh, M. Ach ja, da zeigt's mir da an. Okay. Jo, dann würd ich sagen, wir gehen schnell zur Feuerstelle. Schnell zur Feuerstelle. Ich muss meditieren. Meditieren. Schnell. Lass mich meditieren. Bis früh. Mittag. Morgen grauen ist gut. So, wunderbar. Uh. Haben wir uns endlich mal ein Quest fertig gemacht. Klasse, Mensch. So, da würd ich mich auch gern verabschieden. Ich will nochmal schnell speichern. Und dann sehen wir auch schon das nächste Mal. Bye. Bye.